Herzlich Willkommen zu einer neuen Shop Vorstellung. Heute ist Sonntag, das heißt wir können wieder auf neue Skins. Ja, es werden wahrscheinlich wieder neue Skins kommen. Und mal gucken, was heute so alles im Shop ist. Schaut doch gerne nachher auch noch im Stream vorbei auf YouTube. Dort werde ich wieder Road to Champion Training und alles machen. Noch ein paar coole Runden kommen da hoffentlich raus. Und nachher wird auch noch ein Video kommen zu den Robotern. Dort haben wir nämlich eine sehr, sehr nice Runde mit den Robotern gerissen. Aber es war eben halt absolut kein Skill. Freut mich schon darauf. Und wenn ihr solche Videos nicht verpassen wollt, lasst gerne ein Abo da. Und ich würde mich auch riesig freuen über ein Like. Vielleicht schaffen wir sogar in diesem Monat die 100 Abonnenten. Wäre auf jeden Fall wirklich super, super nice. Und ist auch so ein bisschen mein Ziel. Okay, jetzt würde ich allerdings sagen, gehen wir in den Items Shop rein und gucken, was dort alles drin ist. Wie schon vermutet, gibt es heute neue Skins. Und zwar haben wir den Kristall Skin. Der so ein bisschen aussieht wie diese eine Magierfrau. Dieser Elmira oder wie der heißt. Ähm, ja, der Skin sieht eigentlich ganz nett aus. Vor allem ist ein grüner Skin. Und hat immerhin eine, oder eine relativ neue und einzigartige, ähm, ja, Charakter. Und einen relativ einzigartigen Charakter dahinter. Gefällt mir auf jeden Fall. Dann haben wir hier das Dino-Set. Und zwar, dort haben wir auch einen neuen Skin, den Bronto. Den ich euch ja auch schon, ähm, nee, da hatte ich euch noch nicht gezeigt. Genau, ich hatte dazu gar kein Video gemacht. Aber auf jeden Fall, ähm, vollständigt das nochmal das Dino-Set. Hier hinten wieder mit einem Backpack. Und sieht auf jeden Fall eigentlich ganz cool aus, der Skin. Ist auch nur ein blauer Skin. Und ich finde, dafür geht es wirklich vollkommen klar. Hingegen der Rack-Skin ist ja, glaube ich, legendär. Und sieht fast genauso aus. Also lohnt sich das schon wirklich. Gibt es den Petrodactylus. Ist auf jeden Fall eigentlich ein ganz cooler Gleiter. Ist allerdings auch wieder extrem groß. Und deshalb jetzt nicht zum Spielen wirklich empfehlenswert. Dann haben wir kräftiger Biss. Hat zwar einen ganz coolen Sound. Allerdings, äh, für eine epische Spitzhacke ist da irgendwie ein bisschen wenig dran. Dann haben wir hier den Oblivion-Skin. Finde ich eigentlich echt ganz cool. Weiblicher Omega, glaube ich. Ja, doch, müsste eigentlich weiblicher Omega sein. Sieht mit dem Backpack eigentlich auch echt ganz cool aus. Gefällt mir auf jeden Fall. Dann haben wir hier Kriterion. Weiblicher Omega, äh, weiblicher Carbide-Skin. Ähm, passt hier auch jetzt wieder, weil ja das Ganze in Season 4 war. Und jetzt mal Zeiten verschieben sich. Passt das natürlich wieder ganz gut rein. Mit Besucher und allem war das dann, ja. Dazu den Terminus-Gleiter. Sieht auch echt cool aus mit den roten Streifen hier. Gefällt mir auf jeden Fall. Dann haben wir den Waffen, äh, beziehungsweise die Waffenexpertin. Und, ähm, hier haben wir ein seltenes Outfit. Ist jetzt nichts allzu spezielles. Geht aber eigentlich auch klar. Dann haben wir den Goldgräber. Blaue Spitzhacke. Sieht cool aus mit dem goldenen. Und hat eigentlich auch eine coole, coolen Sound. Dann haben wir Schrittwechsel. Finde ich, hat eigentlich ganz nice Musik. Und die Moves sehen auch eigentlich ganz cool aus. Dann haben wir die Zündkerzen-Künstlerin. Ähm, hier mit dem, ähm, mit dem Hund, Hunde, Schotthund, Backpack. Finde ich jetzt nicht ganz so cool, den Skin. Geht aber eigentlich auch klar für 1200 V-Bucks. Dann haben wir Brüll. Passt natürlich zu den Dinosauriern. Ist ganz nett, auf jeden Fall. Dann haben wir Wellenwirbel. Ist ja eine animierte Lackierung. Mit so einem, ähm, im Prinzip so einem verschwommenen Effekt. Dann da drüber. Ist ganz nett. Würde ich mir jetzt aber nicht kaufen. Weil es da deutlich bessere animierte Lackierung gibt. Das war es dann auch schon, ähm, mit dem Shop-Review. Wir können auch alle ganz kurz in den Rettig-Welt-Shop reingucken. Was dort heute alles drin ist. Hm. Ob es vielleicht ein Gratis-Lama oder so gibt. Kann ja manchmal sein. Hier auf jeden Fall. Äh, Upgrade-Lama und Fernwaffen-Lama. Fernwaffen-Lama lohnt sich auf jeden Fall gar nicht. Genauso wie das Legende-Restrollschatz-Lama sich überhaupt nicht lohnt. Hier habe ich schon ein Video dazu gemacht. Und, äh, das war es dann auch mit dem heutigen Shop-Video. Und ich hoffe, ihr schaut dann nachher im Stream oder nachher im Video vorbei. Würde mich auf jeden Fall befreuen. Und dann bis dahin. Ciao.